Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei LevisCut12. Heute packe ich ein 3er Pack aus und zwar King Kong das 8. Weltwunder in der Special Edition. Und zwar ein lieber Abonnent, Take the Mamula, hat mich auf diese Blu-ray gebracht bzw. er hat gesagt, Levis, da ist King Kong und die Weiße Frau auf Blu-ray erschienen. Ganz neu mit vielen Extras. Könntest du dir vorstellen, das zu unboxen? Ich habe gesagt, ja, mache ich doch gerne. Und dann bin ich auf diese Blu-ray gestoßen und das ist auch der gleiche Film plus noch zwei andere dabei für ein paar Euro mehr. Für 1999 gibt es dieses Special King Kong das 8. Weltwunder Edition, die komplette Cooper und Shot Sack Trilogie. King Kong und die Weiße Frau plus die Farbe von King Kong, King Kongs Sohn und Panik um King Kong. Okay, also ein 3er Box bzw. es sind zwei Blu-rays. Und ich habe gesagt, ich mache das natürlich auch gerne, weil ich mag einfach solche Klassiker. Und dieser Schwarz-Weiß, so die ersten Filme von King Kong sind einfach Kult. Und auf dem Cover sehen wir hier den lieben King Kong. Ich habe gelesen, dass das glaube ich das dänische Cover sein soll. Also vom dänischen Cover das Bild genommen wurde. Und das stimmt, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, hier ist dann die blonde Frau. Er ist sehr scharf auf sie. Also das müsste eigentlich der gleiche Film sein, den es als Einzel-Release gibt. Also King Kong, die Weiße Frau. Plus halt den zwei anderen Filmen dazu. Wobei man sagen muss, King Kongs Sohn ist original mit Untertiteln. Also keine deutsche Sprachausgabe. Also die beiden anderen schon. So, dann schauen wir uns mal die Beschreibung an. Übrigens nochmal danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Und grüße an dich, mein Freund. So, die komplette Cooper-Shot-Sack-Trilogie besteht aus King Kong und die Weiße Frau, King Kongs Sohn, sowie Panik um King Kong. Als Bonus enthalten ist die verschollene, geglaubte Erstfassung, die Fabel von King Kong. Ach so, 3 plus 1. So galt als verschollene, geglaubte Erstfassung. Cool. Das ist ja nice. So, dann schauen wir mal. King Kong und die Weiße Frau. Der Filmproduzent Danham reist mit seinen Mitarbeitern und seinem Star Anne Darrow nach Skull Island, um hier prähistorische Tiere aufzuspüren. Die Eingeborenen berichten ihm von ihrem Gott King Kong, den sie von Zeit zu Zeit Menschenopfer darbringen. Dann der zweite Teil. Abenteurer Carl, Abenteurer Carl Danham verschlägt jetzt mit seinem Schiff abermals nach Skull Island. Von den Eingeborenen unfreundlich empfangen trifft seine Crew plötzlich King Kongs Sohn, der ihnen im Kampf mit zahlreichen Monstern zur Seite steht. Aha, sein Sohn ist also ein guter Affe. Und dann Panik um King Kong. Jill Young lebt mit ihren Eltern auf einer Farm in Afrika. Eines Tages bringen ihr die Eingeborenen ein kleines Gorilla Baby. Das Mädchen gibt ihm den Namen Joe und sorgt sich um ihn wie um einen kleinen Bruder. Okay, dann wird der kleine Gorilla Baby groß oder was? Das ist ja cool. Ernest B. Schotzak und Marion C. Cooper schufen den ersten King Kong der Filmgeschichte mit der sensationellen Stop-Motion-Technik von Willis O'Brien, The Lost World, und der Musik von Max Steiner. Ein weltweiter Kassenschlager und unvergänglichen Klassiker des Horror-Abenteuer-Fantasy-Genres. So spannend wie eh und je der Film, der Scream Queen Fay Wray zum Star machte. Nach einer Vorlage des Krimi-Bestseller-Autor Edgar Wallace. Also Jamie Lee Curtis, vor ihr gab es Fay Wray, die halt auch Scream Queen genannt wurde. Trichttechnisch bemerkenswert sind vor allem die Szenen mit den prähistorischen Ungeheiern, die Flucht King Kongs durch New York und das Finale auf dem Empire State Building. Ja, klingt doch alles super. So, da haben wir doch... Also der erste Film ist 104 Minuten, hat Untertitel Deutsch-Englisch. Dann haben wir Deutsch, DTS-HD Master Audio 2.0 in Mono. Deutsch umgefiltert, DTS-Master Audio 2.0. Und dann Englisch, DTS-HD Master Audio 1.0. Audio-Kommentar ist dabei, von diversen Leuten, Extras. Wow, das ist wirklich jede Menge, Freunde. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Das ist auch wirklich sehr, sehr klein geschrieben. King Kongs HD Komplettfassung mit Miss-Synchro. Ja, kolorierte Fassung, deutscher Vorspann, deutscher Abspann, deutscher Kinovorschau, deutscher Vorspann, Original-Trader King Kong und die anderen Kuscheltiere, inklusive Berichts. Creation, Fragment eines Filmprojekts, ohne die es King Kong nicht geben würde. Filmmusik von Max Steiner, die rekonstruierte, englische Language Statement, Wilder Galerie, Booklet, Schuber und Wendekover. Also das sind die Extras, Freunde. Das ist wirklich so nie draufgedruckt. Das ist wirklich schon krass. So, dann haben wir hier die Fabel von King Kong. Ah, deutsche Schnittfassung mit Synchro von inklusive deutscher Original, Vor- und Abspann. Da bin ich mal gespannt. Also das ist auf Disc 1. Auf Disc 2 haben wir dann King Kongs Sohn, Original mit Untertitel, Englisch, DTS, HD, Master Audio, Untertitel Deutsch. Und dann Panik um King Kong, 94 Minuten, Deutsch, Englisch, DTS, HD, Master Audio 2.0, 1.0, Untertitel Deutsch, Englisch. Und als Extras bietet sich an Super 8-Fassung, King Kongs Sohn, Original Trailer, King Kongs Sohn, Original Trailer, Panik um King Kong und weitere Highlights, Trailershow. So, okay, ja, das Ganze hat eine Laufzeit von 268 plus 76, Trilogie und dann Fabel nochmal, Bildformat. Sprachen Deutsch, Englisch, DTS, HD, Master Audio, Deutsch, Englisch. Okay, ja. Das Ganze kommt von Fernsehjuwelen. Ja, die sind für diesen Druck verantwortlich hier. Das kann man ein bisschen größer machen, alter Schwede. Live- und Filmjuwelen. So, dann packen wir das Ganze mal aus hier. Bin mal gespannt. Zack. So, das sieht doch schon mal viel besser aus. Ohne die Folie. Und dann haben wir hier ein Booklet. Schauen wir gleich rein. Und hier die Blu-Ray. Und draußen switchern schon die Vögel, Freunde. Es ist Samstagnacht, beziehungsweise Sonntagmorgen. Oh, sehr, sehr früh. So, Disc 1 und Disc 2. Wie gesagt, auf Disc 1 ist King Kong und die Weiße Frau. Und der verschollene Glaubte, die Fabel von King Kong und Extras. Auf Disc 2 King Kongs Sohn, original mit Untertiteln. Und Panik um King Kong plus Extras. Ja, Leute. Das sieht sehr, sehr cool aus. Bin sehr, sehr gespannt drauf. Schauen wir mal hier rein. Dieses wunderschöne Booklet. Schaut euch mal das an. Das ist wirklich Filmgeschichte. Das ist wirklich... Es kann nur einen geben. Ein Beitrag von Roland Möhrchen. Ja, kann man sich das alles durchlesen. Und hier schöne Bilder. Schwarz-Weiß. Und sie fahren auf Skull Island. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, was euer Lieblings King Kong ist. Mögt ihr lieber diese klassischen King Kong Teile oder die aus den 80ern, 90ern? Beziehungsweise den mit Jack Black. Schauen wir uns die Bilder an. Das ist wirklich Filmkunst, sag ich mal. Also um die Zeit. Das ist ja wirklich sehr lange her. Dass sie sowas auf die Beine gebracht haben. Das verdient meinen Respekt, Freunde. Ja. Als Filmliebhaber. Als King Kong Liebhaber. Und da sind die Doppeldecker. Er ist auf dem Empire State Building. Wird natürlich attackiert. Er schnappt sich die weiße Frau und kraxelt da hoch. Wunderbar. Kann man sich alles durchlesen. Das ist die King Kong Chronik. Okay. Und hier sind sie auf der Bühne. Und da rastet er aus. Befreit sich und setzt New York in Panik. Der gute King Kong. Ja. Da hat er sie in seiner Tranke. In seiner Riesenaffenhand. Das ist wirklich toll. Gerade so schwarz-leiß-Filme finde ich ja eh schon super. Hier haben wir noch ein Bild. Ja. Und hier sehen wir Diese Chronik. Ja. Okay. Und hier nochmal ein Bild in Farbe. Sehr schön. Und weitere Highlights. Glückner von Notre Dame. Also Fernsehgebien bringen wirklich tolle Sachen raus. So Klassiker. Guck mal. Dudu Komplettbox. Dick und Doof. Die Box habe ich auch. El Mondi habe ich. Hier mit Johnson Hart in einer eigenen Serie. Kleine Sträuche. Bestern von gestern. Stan und Olli. Super. Und hier ist nochmal der gute Kong. Auf dem Empire State Building. Ja. Ja Freunde. Das war das Unboxing. Zu King Kong. Das achte Weltwunderbox. Mit diversen Filmen. Natürlich. Im Hauptfokus. King Kong und die Weiße Frau. Und ich werde mir den genüsslich reinziehen. Freunde. Die Filme. Ich hoffe ihr hattet Spaß mit dem Unboxing. Wenn ja könnt ihr gerne mit einem Abo zeigen. Kommentar oder Daumen. Würde ich mich auch freuen. Ich sage bis zum nächsten Mal. Bye. Bye.